Hallo allerliebste Maria! Zu deinem 85. Geburtstag, Wahnsinn, wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute. Vor allen Dingen, das allerwichtigste ist beste Gesundheit. Gesundheit ist etwas, das kann man sich nicht kaufen, die kann man nur erhalten. Und man muss immer auf sich aufpassen und ich hoffe, das tun du, deine Kinder, deine Kindeskinder und alle deine Lieben um dich herum. Ich habe gehört, du bist ein Fan bzw. du siehst mich ganz gerne im TV. Jetzt siehst du mich auf einem kleinen Bildschirm oder größer, keine Ahnung, wie ich präsentiert werde und hoffe, du freust dich über den kleinen Videogruß. Ich sitze hier gerade in meinem Auto beim bayerischen Regen und warte darauf, dass ich mit meiner kleinen Lila in die Tierklinik reinkomme. Ich habe nämlich einen Termin, die war nämlich krank und deswegen ist Gesundheit sehr, sehr wichtig. Hat drei Bluttransfusionen bekommen, aber jetzt geht es ihr besser und der Regen wird stärker. Also, alles Liebe! Tschüss!